Der Schwergerichtskampf bis 120 Kilogramm zwischen Igor Galic und Hans Wagner. Igor Galic, der Schweizer mit gratis Sturzen, kämpft für das Team Legion Chuk. Es ist noch nicht sehr viel von ihm bekannt, da er ein Newcomer ist. Was man aber sagen kann, ist, dass er ein Allroad Camper ist. Er begehrt den Schwerger im Wundenkampf. Und wie alle im Team Chuk, will er wahrscheinlich einen sehr starken Simpon haben. Hans Wagner von unserem Team ist ein Brauer, so nennt man einen Schläger in Amerika. Aber der Unterschied ist, dass er ein Schläger mit Präzision ist. Er hat absolute Lock and Power und am Boden bewegt er sich explosiv und extrem stark. Er ist ein Newcomer aus der Schweiz und hat heute seinen dritten Kampf. Von der Region Chuk, 1,80 Meter und 101 Kilogramm aus der Schweiz. Der Schweizer mit Kaffee kann er sich für die Wunderschöne vielmehrt. Musik 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 Die Spielgewichtshokte Ascars von den Etterbrunnen. Zwei Siege, keine Widerlage vom Team der Etterbrunnen. 1,86 Meter los und 107 Kilogramm. Hans, Mr. Bad News, let's go! Tarsi, 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 t Der Össinburg, ich bin der Össinburg, ich bin stolz auf mich und hab auch schon das Wort. Wir haben das Wort, die Lüge, ich bin der Össinburg. Als es für uns geht, bin ich stolz auf mich. Und wie man will, ich bin euch selbst bereit. Ich sage, ich halte Arbeit, es war doch perfekt. Es ist alles gut, es ist alles gut. Wir haben unsere Vorstellung der beiden Kämpfer kommen, noch einmal in unsere Runde gehören wir in der zweiten Runde hier mit der Nummer 1. Sie eröffnet quasi den ersten Kampf in der zweiten Staffel. Danke an das Sechs-Mach-Ziel. Meine Damen und Herren, eine Konjunktur des Gewichtes stehen wir in der blauen Ecke. 186 Zentimeter bei 121 Kilogramm in der blauen Ecke. Igor Eigentät-Gorlisch! Sein Gegenüber, His Opponent, Ladies and Gentlemen, 186 groß und 107 Zentimeter Kilogramm. Halbz, Mr. Bad News, Lönchner! Stad. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, schlechte Nachrichten hat Mr. Bendis hier seinen Gegner gefragt. Wann hat es einmal ein Fisch gemacht und das war es? Der Fuß, der schaut wirklich gut aus, also spielt jetzt schon 186, meine Damen und Herren, jeder Schlag, jeder Tritt kann hier Kampfentscheid sein. Und ich darf Dr. Fritz Dreyer zu hören in die Mitte des Rigs bilden und wir schauen jetzt auf die Zeitruppe filmen, das wir wahrscheinlich nicht zu analysieren haben. Sobald wir den Zeitruppe haben, wird uns der Prinz Dreyer jetzt genau erklären, was hier passiert ist. Aber wie gesagt, Sie haben den Fuss in groß gesehen. Prinz, bitte. Sie haben den Fuss in groß gesehen, dass er sich selbst in den Fuss verletzt hat und wenn das die Frage ist, hat er einen Zügel-Schmerzen, dann muss er vor dem Auge gehen. Muss er vor dem Auge geben, hat er vor dem Auge geben, Dr. Rainer Kuppert wird sich das Ganze anschauen. Wir haben zwei Reischaften hier, die Rechtsanwälte sind für den Gewinner der Partie übernimmt, Dr. Volker Macarescu und für die zweite Auge muss der Dr. Frank-Haner Kuppert weiß, Rechtsanwälte, meine Damen und Herren. Und der Winner dieser Partie ist Hans-Benus Löckner. Nach einer Kampffzeit von einer Blöden in zehn Koste wird sein Gegner Igor Eilert-Head-Galisch aufgeümmelt. Und der Hans schaut so los, ich würde euch das noch sagen. Entschuldigung, das ist ein Schnörer-Bereich. Kann man nichts dafür. Meine Damen und Herren, die Ehregewinner, Hans-Benus Löckner betreut hier von einem Hausherr, nämlich Michael Etter, Gerhard Etter und Petra Pecho, Chris Schnapper, die hier wieder eine sensationelle Fähigkeit-Series auf die Beine gestellt haben. nourr-Bereich-Series Julia